KI macht jetzt einen großen Sprung nach vorne. Jetzt kann KI nicht mehr nur Texte, Bilder, Audios erzeugen, sondern auch Videos. Videos wie diese hier und zwar mehrsekündige Clips, die aussehen fast wie echt, noch nicht ganz finde ich, aber fast wie echt. Und das ist Google gelungen mit einer KI, die sich Lumière nennt, nach den Gebrüdern Lumière, die mehr oder weniger das Kino erfunden haben, den Kinofilm, also eine Ehrung quasi. Und seht euch das an, was alles geht. Man kann Videos erzeugen, man kann aber auch bestehende Videos verändern, zum Beispiel einen Bären anders aussehen lassen, eine Figur anders aussehen lassen, so wie wir das von KI kennen. Da sind jede Menge Spielereien möglich. Wie findet ihr das? Schreibt das gerne auf. Also in Zukunft werden wir viele solcher Videos auch hier auf Social Media sehen. Wenn euch das gefällt, lasst mir einen Link da und in den Captions findet ihr mehr Infos dazu. Vielen Dank, bis dann, tschüss. Vielen Dank, bis dann, tschüss. Vielen Dank, bis dann.